Investitionsrechnung, Überblick, dynamische Verfahren Neben den bereits vorgestellten statischen Verfahren der Investitionsrechnung gibt es auch noch zahlreiche weitere Verfahren, welche den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung zugeordnet werden können. Und analog den bereits vorgestellten Verfahren geben diese Auskunft über die Vorteilhaftigkeit einer Investitionsentscheidung. Im Unterschied zu den statischen Verfahren berücksichtigen die dynamischen Verfahren die finanziellen Auswirkungen über den gesamten Investitionszeitraum hinweg. Es wird also nicht nur eine Periode wie bei den statischen Verfahren berücksichtigt, sondern es werden die Zahlungsströme des gesamten Investitionszeitraumes in die Betrechnung mit eingezogen. Insbesondere werden im Rahmen der dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung die nachfolgenden Größen zur Berechnung herangezogen. Zur Berechnung herangezogen werden die Anschaffungsauszahlungen in T0 sowie die Einzahlungen zum jeweiligen Zeitpunkt, also zukünftige Einzahlungen beispielsweise in einem Jahr, in zwei Jahre oder in drei Jahre. Die Auszahlung zum Zeitpunkt den T1, 2, 3, 4 oder 5 oder auch weiter werden ebenfalls berücksichtigt, genauso wie der Liquidationserlös beziehungsweise spielt auch der Kalkulationsdienstsatz eine entscheidende Rolle. Und zu den wohl bekanntesten und auch wichtigsten dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung zählen die Kapitalwertmethode, die Annuitätenmethode sowie die Methode des internen Zinssatzes. Wie die Berechnung dieser einzelnen Verfahren im Einzelnen verläuft oder genau abläuft, lernen Sie in einem unserer nächsten Videos beziehungsweise in der nächsten Lektion auf unserer Business Fragen Academy.